Howard Carpendale, droht schon das nächste Debakel? Howard Carpendale musste sein Konzert in Bremen aufgrund eines Unwetters abbrechen. Auch für sein kommendes Konzert in Welsenkirchen ist Regen vorhergesagt.Haward Carpendale, Konzertabbruch in Bremen wegen Unwetter. Es ist Open-Air-Saison und Musiklieber freuen sich darauf gemeinsam mit ihren Lieblingskünstlern unter freiem Himmel ordentlich zu feiern, singen und tanzen. Die Veranstalter planen den Sommer komplett durch, doch leider ist das Wetter nicht immer so beständig, wie man es im Sommer gerne hätte, so sind schon einige Events ins Wasser gefallen. Florian Silbereisen, 41, musste etwa vor wenigen Wochen die Aufzeichnung seiner Schlagerstrandparty unterbrechen, als ein Unwetter über Gelsenkirchen zog. Und auch sein Schlagerkollege Howard Carpendale, 77, hatte kürzlich Pech, denn sein Konzert in Bremen musste nach einer kurzen Zeit gar abgebrochen werden. Natürlich gingen die Zuschauer enttäuscht nach einem kurzen Zeit nach Hause. Wenig später meldete sich der Schlagerstar dann selbst zu der Thematik zu Wort. Hi Freunde, so sah gestern in Bremen noch die Ruhe vor dem Sturm aus. Wir waren somit bestens vorbereitet und so ging es mit größter Motivation in ein weiteres Konzert unserer laufenden Open-Air-Turne. Umso größer wäre die Freude gewesen, wenn wir hätten durchziehen können, aber die Sicherheit vor Blitz und Donner ließ das nicht zu. Mit den Konzertpleiten durch Unwetter war's das aber vielleicht noch nicht für Howard Carpendale, denn auch bei einem kommenden Konzert soll es wieder regnen. Howard Carpendale, wird es auch in Gilsenkirchen nass? Die Fans in Bremen mussten also mit einem abgespeckten Konzert von Howard Carpendale dank des unglücklichen Wetters leben. Ticket-Inhaber für weitere Konzerte des Schlagerstars hoffen natürlich, dass ihnen nicht das gleiche Schicksal ereilt und sie einen ganzen Abend Howard live erleben können. Ob es in Gilsenkirchen mit dieser Hoffnung aber so klappt, ist noch nicht ganz sicher, denn wenn man der Wettervorhersage für den 29. Juli, an jenem Tag der Sänger auftritt, Glauben schenkt, so wird es auch dann in Gilsenkirchen regnen. Glücklicherweise ist das Konzertjahr aber noch ein paar Tage hin und die Prognose könnte sich bis dahin auch wieder ändern. Die Daumen sind gedrückt.